Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur neuen Folge Ender Kids. Wir spielen heute das Zielsucher und der Zielsucher bekommt, wenn ein Gegner unter 50% seines Lebens hat und 50 Blöcke entfernt ist, Speed 3 und Plus 2 Schaden. Jedoch bekommt auch der Gegner Plus 2 Schaden und ja, das ist schon ein sehr, sehr herber Rückstoß gegenüber dem Zielsucher. Ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt so gut ist und ne, jetzt wurden uns ja da auch noch die Eisen weggeschnappt hier. Sowas aber auch. Ja, also das Kit wurde eindeutig viel, viel schwächer gemacht. Finde ich ehrlich gesagt gut, dass es schwächer gemacht wurde, aber das ist schon... Ach, komm, geh ich halt weg von dir. Aber das finde ich schon ein bisschen... Ich weiß nicht, also es gibt echt einen ganz, ganz, ganz schweren Nachteil gegenüber, dem Zielsucher, denn wenn jemand unter 50% seines Lebens hat und er hittet dich einfach besser, dann bist du halt so schnell tot, wenn du da nicht ne OP-Ausrüstung hast. Und das ist dann wirklich unfair, weil stellt euch einfach mal vor, das wäre ein Känguru und das Känguru bekommt dann auch noch plus zwei Attacke, weil der Zielsucher hier in der Nähe ist. Keine Ahnung. Finde ich dann eventuell nicht so gut. Okay, 15 Sekunden, nur noch was? Das ging jetzt aber echt schnell um hier. Schnell noch die Kiste looten. Ja, ich kann mir ein Eisenschwert machen. Ja, 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 ja. Und zack, zack. Nein, so möchte ich das. So möchte ich das, ja, genau so. Oha! Erschreck mich doch nicht so. Boah, hat der mich jetzt erschreckt. Weil ich habe keine Sounds irgendwie. Ich habe den jetzt gar nicht gehört. Hey, du kommst her, bitte. Bitte komm her. Okay. Ach nee, er... Ja, den bekomme ich sowieso nicht. Das kann ich vergessen. Den bekomme ich sowieso nicht. Nuti hier einfach mal hübsch die Kiste. Weil ich weiß, dass ich ihn sowieso nicht bekomme. YOLO. Lassen wir ihn einfach mal laufen. Lassen wir ihn laufen. Ich habe nämlich jetzt hier keine Lust, ihn 500 Jahre lang zu verfolgen. Da hinten ist aber jemand. Okay. Boah, der hatte jetzt aber ziemlich Glück. Ah, ziemlich Pech, dass der jetzt genau hier zu uns geportet wurde. Nein. Und? Was ist? Und direkt passiert das mir. Nein. Komm her. Boah, da habe ich ihn tot. Oh mein Gott, jetzt haben wir einen Diamantbrustpanzer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, Leute. Ich muss was essen. Ich habe nichts zu essen. Ich habe nichts zu essen. Wie viele Blöcke? Okay, schnell eine Werkbank. Scheiße. Ich muss mir Brote machen, aber schnell. So. Schnell was essen hier. Oh mein Gott. Wir haben einen Diamantbrustpanzer. Und das Geile ist, wir sind ja jetzt kein, ähm, wir sind ja jetzt kein Techniker. Das bedeutet, die Rüstung geht ja nicht schnell weg. Und der war 100% Techniker. Oh geil. Geil, Leute. Das ist gerade einfach nur nice. Nice, nice, nice. Aber wir müssen schnell recken, weil sonst kann das so schnell vorbei sein, dann sind wir so schnell tot. Jetzt müssen wir richtig aufpassen. Und eher jetzt richtig defensiv spielen. Denn, ja, sonst ist es aus. Sonst ist es aus mit unserem Leben. Oh, aufpassen. Okay, da vorne ist jemand. Okay, gut. Er hat eigentlich keine Ausrüstung. Das Diamantschwert sollte ich dann aber schon nehmen. Oh Mann, das sind Holzfäller. Nein. Und er trifft mich auch noch extremst gut. Ich dachte, er hat kein Schwert. Och Mann, ich bin heute schon wieder so richtig verpeilt. Das nehme ich heute meine erste Runde. Heute Morgen, ja. Das Holz hole ich mir. So. Gut. Schnell recken jetzt. Wir müssen recken. Reck doch einfach schneller. Ähm, wurden wir jetzt glaub... Ja, wir wurden ja erst geportet. Dann kann ich mir ja noch Schuhe machen. Ja, Schuhe. Okay, gut. Vielleicht können wir jetzt ja noch ein bisschen Diamanten sammeln. Oh, dass wir jetzt schon einen Brustpanzer haben. Ja, das. Da finde ich nice. Und vor allem, wir können verzaubern. Ähm, beim nächsten Pot versuche ich, ihn ein bisschen zu entchanten. Ja. So. Gut, wir haben echt gute Sachen. Und jetzt hätten wir sogar, glaube ich, genug Eisen für einen Eisengolem. Aber das bringt uns ja auch nicht viel, denn wir haben jetzt keine Kürbisse. Sonst habe ich in jeder Ender-Kirbisse. Sonst habe ich in jeder Ender-Kirbisse einen Kürbis gefunden. Er wollte mich anzünden. Das war aber jetzt nicht so schlau von dir. Nein, ich bin nicht jetzt für alles so dumm oder was? Okay, er hat ein verzaubertes Diamantschwert. Das möchte ich gerne haben. Das hier. Zack, zack. Schärfe. Okay. Jetzt haben wir auch noch ein paar Diamanten. Und Diamant-Boots. Okay. Hat der, hatte er, oh, er hat der Äpfel. Die möchte ich haben. Beziehungsweise den Apfel möchte ich haben. So, gut. Wir haben einiges an Weizen. Das bedeutet, wir machen uns jetzt einfach hier mal ein schönes Weizenbrot. Ja, ja, ja. Äh. Zack. So. Gut. Dann haben wir jetzt hier auch noch genügend zu essen. Wir sind echt gut ausgerüstet. Also zu dem Zeitpunkt sind wir gerade richtig gut ausgerüstet. Und ich glaube, wenn ich jetzt sogar... Nein. Oh. Was war das denn jetzt? Alter. Er hat mich richtig gut getroffen. Und ich stehe wieder rum wie so ein Behinderter. Aber da ist das Kit eben gut. Da wir erstens jetzt ja mega, mega mäßig viel Glück hatten. Generell, was auch die Ports betrifft. Alter. Heute... Heute? Was ist hier los? Oh mein Gott. Wir brauchen nur noch ein bisschen. Dann können wir uns sogar schon... Alter Leute, wir sind fast Fool Deer. Das kann es doch nicht sein, oder? Wir brauchen noch zwei Eisenblöcke. Ah, noch zwei Goldblöcke. Und dann können wir uns einen OP-Goldapfel machen, Leute. Einen overpowerten Goldapfel. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, ich nehme mich nicht. So. Stärke. Ich weiß. Ich werde geportet werden, oder? Oder? Oh nee, doch nicht. Die Hose noch schnell. Beeil dich. Thomas, beeil dich. Schutz. Oh, das war knapp. Oh nein, ich bin im Wasser. Oh, er ist aber auch im Wasser. So, komm her. Du musst leiden. Ich möchte, dass du leidest. Schnell, was essen hier? Jetzt hatte ich nämlich auch meine Hose nicht an. Das ist nämlich schon ein bisschen kacke jetzt. Ich glaube, ich warte noch hier ein bisschen jetzt. Weißt du was? Ich mache, glaube ich, jetzt einfach gleich YOLO. YOLO. Ich schieße ihn jetzt einfach so lange mit dem Bogen an. Bis er stirbt. Das ist mir jetzt egal. Oder bis ich Speed bekomme. Das wäre nämlich gut. Okay. Nein, renn doch nicht weg. Und? Ja! Da habe ich ihn noch tot. Boah, das war wieder scheiße knapp. Das war wieder richtig knapp. Und hier ist auch noch ein Dingshelm. Den möchte ich haben. Ich möchte den Helm haben. Ich möchte den Helm. Bekomme ich jetzt bitte mal den Helm? Ich möchte diesen Helm haben. Hä? Der Helm, er liegt doch hier. Das ist dann daran so schlimm, dass du mir den Helm gibst. Bitte, diesen. Ich möchte doch nur diesen Helm haben. Oh, danke. So. Okay, Leute. Wir sind Full Deer. Läuft bei uns. Alter, das ist ja die Mega-Monster-Runde. Aber was wir jetzt noch tun müssen. Auf jeden Fall die Sachen verbrennen. Wenn die jemand zu Gesicht bekommt. Sind wir am Arsch. So, okay. Jetzt erst mal was essen, Leute. Und wisst ihr was? Okay. Okay, 223 Blöcke. 223 Blöcke. Ähm, erst mal. Zack, zack, zack. Hat der Schutz oben? Schusssicher? Nee, ich bin hier auch nur schusssicher oben. Wir haben so viel Erfahrung. Das ist unnormal. Ich bin richtig aufgeregt gerade. Ich bin richtig aufgeregt. So. Zack, zack. Ähm. Gut. Dann würde ich sagen, sammeln wir noch ein ganz kleines bisschen mehr Gold. Und ein Goldapfel ist hier auch noch drin. Lol. Was ist das für eine Runde, Alter? Was ist das für eine Monster-Runde? Also ich meine, wir, wir... Ich meine, das Kit hat uns jetzt wirklich einen richtigen Vorteil gebracht. Teilweise. Weil wir echt viel Schaden damit gemacht haben. Also das hat uns jetzt echt teilweise richtig gut geholfen. Ähm. Den Goldapfel packe ich jetzt einfach mal hier unten hin. Sollte es kritisch werden. Oh, das ist aber schon der letzte. Ich möchte mir aber noch einen OP-Goldapfel machen. Das heißt, ich renne einfach mal ein bisschen davon. Och. Ich hasse das immer, wenn ich irgendwas so hinaus zögern muss. Naja. Was soll's. Leute. Was soll's. Ist doch egal. Ich denke einfach mal, dass er auch ein Techniker ist. Ne, gar nicht. Was war das denn jetzt für ein Schuss. Okay. So. Party-Russe. Ich möchte, dass du stirbst. Okay. Okay. Okay, er ist tot. Ja. GG. Äh. Ich hatte eineinhalb Herzen verloren. Knapp. Nee. Alles voll. Außer ein. Scheiße. War der Pa... Warte mal. Ich geh mal ganz kurz. Och Mann. Party-Russe. Ähm. Ich weiß gar nicht wie viel. Warte. Zwei, vier, sechs. Ach ja, klar. Oder weiß es sind zehn. Das heißt, ich hatte jetzt noch achteinhalb Herzen. Also war's eher nicht knapp. Ich mein, ich war Full-Dia. Alter, Leute. Was war das für eine Runde? Wir waren kurz davor, einen OP-Goldapfel zu machen. Einen OP-Goldapfel. Waren komplett-Dia. Fast sogar voll verzaubert. Alter. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was war das für eine Runde, Leute? Was war das nur für eine Runde? Ich wollte gestern Enderkits aufnehmen. Ja, dieses Kit. Und ich hab's einfach nicht hingekriegt. Und jetzt plötzlich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und außerdem, Leute. Danke für 600 Abonnenten, ja. Danke nochmal an Simon. Und ich freu mich mega, dass dir die Idee vom Baumhaus gefällt. Und ich bin gespannt, wie du das so bauen wirst. Auf deine eigene Art und Weise. Und an die ganzen Leute, die geschrieben haben, ja, das hast du schön gebaut und so. Danke, 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 Leute. Ihr seid die Besten. Fühlt euch alle gegrüßt. Und ich würde einfach mal sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn euch die Monster-Runde gefallen hat. Wir hatten schon mal so eine Monster-Runde. Ja, aber die war auch... Wow, die ging ab. Wir haben richtig viele Leute getötet. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen froh. Ja. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne ein paar Kommischeiben. Welches bisher euer Lieblings-Kit war. Ich fand, das war ein mega schöner Abschluss für die letzte Folge Enderkits. Und ja, beziehungsweise Enderkits ist jetzt nur pausiert, bis wieder die neuen Kids kommen. Ups, ich schlag schon ständig gegen mein Mikrofon. Was ist hier los? Aber ich labere jetzt auch gar nicht mehr zu lange. Ich würde sagen, das war's Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.